Oh, oh, Dodo laggt. Ah, scheiße. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, sorry. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sorry Andy Ja alles gut Ja alles gut Ja alles gut Ja alles gut Ja Ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, was ist mit Entoo los? Ich habe gerade schon überrundet. Nach Schwierigkeiten erheblich. Ich habe gerade schon überrundet. 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 Entschuldigung, Cole. Ich habe gerade schon überrundet. Ich habe gerade schon überrundet. Ich habe gerade schon überrundet. Okay. Hallo, wie geht's? Ich habe gerade schon überrundet. Ich habe gerade schon überrundet. Das war nicht mehr, Cole. Ich habe gerade schon überrundet. Ich habe gerade noch überrundet. Ich bin da vorne, kann ich lesen, die ich angezeigt habe. Da geht's, da kommen zwei Leute, ne? Ja, ich bin da vorne. Bleib hier links, bleib hier links. Soto kommt auch noch hinter dir, pass aus, der ist auch noch gleich da. Ja, ich lasse schlucken. Ich bin da vorne, ich bin da vorne, ich bin da vorne. Ich bin da vorne, ich bin da vorne. Wir kommen drei Fassel, geh hinter euch. So, ich bleibe außen. Bleib draußen. Ja, bleibt mal lieber außen. Na, einer rechts, einer links. So geht's Boah, der Dings ist übelst am springen da, die Langer von euch Der Dodo Bei mir war er auch kurz im springen, dass ich etwas gehört habe, aber nicht passiert dabei So geht's Was ist das? AST, ich bin bald in deiner Nähe, schau mal, was ist denn so? Naja, bleib mal bei Stühle links, AST, bleib da links, wer kommt Ja, bleibt da auch, da kommt aber einer Was, Digga, was soll die Scheiße, Alter? Hast du was gesehen, Max? Ja, hab's gesehen Digga Ach, kennt der aber? Der ist so langsam, der blockiert einfach nur Ja, ich schätze, der hat das Kontakt Ja, vorhin hat der auch richtig spät die Spur gewechselt, da war ich schon kurz auf seiner Höhe Ich hab den denn schon fünf Sekunden auf CS verloren Nein, ich bin so lang lang So, V7, V7 Ach so, da kommen noch mehr Fahrzeuge Ja, da kommen noch mehr, muss ich auch mal anzeigen Hinter uns nach Drodo, wir sind vor Da kann ich jetzt aber nichts für Ja, alles gut, V8, mein Fehler Ja, klar Ja, klar, du hast zwei Elektros und ich schiebt uns am Problem Lecky, du hast drei Leute hinter dir Ich weiß, nach der Kurve eventuell Ich weiß, nach der Kurve eventuell Ich schaff's auch Ich würde auch nochmal links außen rum gehen Ja, ich würde auch noch mal Sonst Wenn man da hört Wenn das ist und da ist Ich würde auch noch Dach Ja, ich würde zum Beispiel Wir probieren Dach 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 oder Dach 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 Meine Fresse, Alter. Das ist cool, das ist scheiße, ne? Ja, die ist echt scheiße. Ich meine gar nicht, dass ich meinen zweiten Max übersette. Das ist gut. voll vorsichtig, ich geh auch noch rechts Achtung, Matt Moe, wieder willkommen, zwei Fahrzeuge Ja, Moe will der Glück, ja Oh, sorry, zähl nicht Oh Mann, ich bin zu spät, sorry Ja, alles gut, alles gut, kann passieren Ja, kann ich, aber dazu nichts für Äh, ja Moe, ich bin dann gleich noch mal da Danke Ah, nee, hat er einfach nicht so aus, ne Ich kriege jetzt selber eine unnötige Zeit Da bin ich jetzt mal wieder da Ich bin noch nicht so aus hinter dir Also, Matt Moe, auch mal aufpassen, ich bin jetzt ausgebeistert bei dir Bleiben, genau Ja, fahrt vorbei Ich bin sowieso schon weg Für mich war's das Ah, nee, warum musst du das mitbringen Entschuldigung Ja, Mann Ja, das war's, wir sind Wir sind schon eng hier, ne? Oh Junge! Ich kann nicht in diese Städte! Aber den müssen Sie aufpassen! Leute, bitte! Sorry, Andi! Was ist Respawn? Was ist das hier? Was ist das hier? Oh Mann! Man kann neu starten! Welche wäre ich auch sehr offen! Ich bin mit einmal! Ja, ich bin mit einmal! Ja, ich bin mit einmal! Danke! Ja! Mhm! Ich bin mit einem! Ja! 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 Warte! Oder noch mehr! Dahinter kommen noch Max und Devil! Ich bin mit einem! Ja! 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 Ja, da ist noch einer, da ist noch einer, da sind leider dran. Ja, da ist noch eine Erbeschreibung. 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 Ja, da ist noch einer. Ja, da ist noch eine Erbeschreibung. 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 Ja, da ist noch einer. Ja, da ist noch eine Erbeschreibung. 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 evtl. Yes, permis. Ja! Ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! also bone breaker also du springst richtig ne also da kann man nichts machen was da passiert ist da kann man nichts machen was da gerade passiert ist du springst springst kann ich auf meine aufzahmen zeigen kommen drei mantas auf bleibt einfach rechts und zurück wird sie noch zur bremse ich bin sogar fast soweit zu sagen du solltest lieber quitten ehrlich jetzt das unnormal mann wer kommt hier nicht auf den keller raus brennjoo ich bin gleich hier im äh jup ja genau danke ich glaube der pogo oder wie der heißt auch noch ja lodo lodo ist auch dabei ja hier ist gerade 3,5 überrunden schnagel schnagel kommen sie dankeschön kein Thema hat der links gehört jetzt? ja hinter der links habe ich gehört schon äh ja wer ist das? ich sehe den Namen schon wieder schnagel schnagel ich gehe links drüber jo mach das mal bleib wieder auch da alter ehrlich jetzt bonebreaker ne das ist jetzt der dritte unfall der durch deinen leck passiert ist ich würde langsam mal überlegen ob ich lieber quitte jetzt nicht bis zu 17 jaja geh durch danke dir jo Soll ich dich wieder vorbeilassen, oder war das in Ordnung? Nö, alles gut. Alter, wir reden hier von GTA, ey. Wir schießen. Aber das ist los. Jetzt muss ich aufpassen, ey. Troll, Gianni und ich werden hinter dir. Ja, Gianni schlägt also fachig, ey. Das ist doch wieder wahr, ey. Ich will ja noch Katzenmaus mit dir spielen. Ja, ja. Und wer ist denn da hin? Ja, die 3er Front. Hallo. Mit, genau, mit Doro und John im Gepäck. Danke voll. Ich weiß nicht, wie er es gesehen hat, was es groß war. Hallo. Ach, Grenier fährt vorbei, wenn die anderen zum Überholen kommen, oder? Ach. Ich kann den Namen leider nicht sehen, hier vor mir. Tobi ist direkt gelackt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Tobi vielleicht verlassen hat, oder so. Mad forward verlassen. Ja, aber ich war gerade dabei, also direkt hinter Tobi das plötzlich stehen geblieben. Achso, da kommen noch ein paar mehr, da kommen noch ein paar mehr. Ja, 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 ich werde außen. Ja, guck mal, ich komme gleich aus dem Doro. Ja. Ja, da wird jetzt aber spielst du vor der Doro. Was ist das jetzt? Oh, tschuldigung. Der Doro ist wirklich ein bisschen am Ruck, wenn ich ein Ruck hat, ne? Ja, stimmt. Ja, das ist wirklich ein bisschen am Ruck. Das ist wirklich ein bisschen am Ruck. Das ist wirklich ein bisschen am Ruck. Ja, das ist wirklich ein bisschen am Ruck. Ja, das ist wirklich ein bisschen am Ruck. Ich bin ganz, Achtung, unter die kommen drei Fahrzeuge. Ja Nach der Kombi hier mal links bleiben, einfach links außen bleiben Ja, danke mal Paar keine? Der Madmo ist da stehen geblieben, bevor er raus ist Oh Scheiße Du meinst ja kurz vor Start-Ziel, ne? Du meinst ja kurz vor Start-Ziel, ne? Oder der Brügge Mh, das ist Madmo Ich bin hier kommentar der grüne fahrzeug alle den namen einfach rechts bleibt rechts und seid kurz auf die bremse das ist der link vorbei gehen kann dann kommt john und dodo auch ich komme jetzt bin ich in der nähe ich lasse mich vor der schwelle rein ich komme hier, schnaggels, Achtung ja also, hä, ne, black rein, wenn dann das ist ein locher noch ja, ich komme auch noch klein ich habe nicht damit gerechnet dass du so rein schiebst ja ich wusste bremsen sonst hätte ich nicht toll gecashed damit habe ich nicht gerechnet ich gehe hin vorbei fadern ja wenn du einfach zu außen weiter fährst in den kreis ja 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 Das war's für heute. 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 Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 Das war's für heute.